Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute zeigen wir Ihnen, was Coop alles unternimmt, bis das grosse Jaffa Orange Angebot bei Ihrem Coop-Pladen für Sie parat ist. Und an diesem Wochenende zu einem unschlagbar günstigen Preis. Die Schnelligkeit ist alles. Darum stehen die Früchteinkäufer von Coop täglich in Verbindung ein, direkter Verbindung mit aller Welt. Aha, jetzt klappt der Delex aus Israel. Coop kennt weltweit alle guten Orangenplantagen und sucht eben die besten Qualitäten aus, wie zum Beispiel die Jaffa Orangen. Hier in diesen sonnigen Orangengärten werden sie sorgfältig abgelesen, Frucht für Frucht. Alle Jaffa Orangen werden streng kontrolliert und verlesen und auf natürliche Art gereinigt, nämlich mit Wasser. Nur die Besten gehen auf die weite Reise in die Schweiz, zu Coop. Für Coop kommen dann so jährlich mehrere tausend Tonnen Jaffa Orangen direkt von der Plantagen in den Hafen. Da werden sie sorgfältig auf die modernen Frachtschiffe verladen, die so eingerichtet sind, dass die wertvolle Orangenfracht geschützt bleibt. Und in der Schweiz sorgen Coop mit solchen modernen Camions für eine schnelle Belieferung von den 1500 Coop-Läden, damit sie schon morgen von diesem unschlagbar günstigen Angebot profitieren können. Ah, da haben wir es ja schon. Ab morgen gibt es nämlich bei Coop die Jaffa Schamutti Orangen in diesen praktischen Tragtaschen zu einem einmalig günstigen Preis. Aber Achtung, nur morgen, über morgen und am Samstag. Und jetzt, auf Widerschauen miteinander, bis am nächsten Mittwoch. Und die gleiche Zeit. Und vergessen Sie die Aktionen nicht, wo gerade noch kommen. Es lohnt sich. Und jetzt, auf Widerschauen.